Was geht Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. So, ich hab mir jetzt hier Dings installiert, PUBG und direkt es, äh, win. Gehen wir mal, äh, zurück. So. Ich hab die als Test, äh, gerade eben gespielt. Und ich würd sagen, das macht schon Spaß. Äh, okay, dann können wir mal. Angehen, äh, nein, egal. Fortfahren. So, Leute, ich bin noch ein Nacki-Dai. Also, tut mir leid. Tägliche Anwendung erhalten. Okay. Täglich Kampf erhalten. Tapfer Squad erhalten. Fortfahren. Schadensexperte. Boah, das hab ich hier alles bekommen. Äh, ja, 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 ja. So, gehen wir mal hier zurück. Starten direkt mal ne Runde. Macht auf jeden Fall Bock das Spiel. Ähm, ich glaub ich werd's weiterhin spielen. Und natürlich aufnehmen. Und natürlich aufnehmen. Aber es macht natürlich viel Spaß. Und vielleicht beim nächsten Mal werden wir alle als Team spielen. Okay, vielleicht nicht alle. Einer kann nicht. Aber, ja, vielleicht, vielleicht. Oder mal mit Tim oder Niklas. Okay. Da ist irgend so ein Rad. Okay, ist er gerade gelegt. Okay, ist nicht mehr. Hi, Allah. Hi. Hallo? Kann sich hier hinlegen. Man kann sich hier drucken. Oder hängen. Hier ist eigentlich Eis. Schnellung. Nicht Schnellung. Wie viel Eis, Allah. Eis. Ich frisse Allah. Hier. Tschüss, Allah. Nix gemacht. Hier. Jetzt geht's los. Yeah, Allah. Ja. Okay. Also, wir fliegen hier in der Flugzeit. Das ist halt wie in Fortnite. Nur halt Fortnite hat PUBG extrem nachgemacht. Ähm. Wo gehen wir hin? Äh. Wir gehen hier hin, weil da ist... Nee. Wir gehen zu... Okay, komm, wir gehen einfach da hin. Da ist ungefähr Loot Lake. Oder hier ist Loot Lake. Aber egal. Da ist... Team Ditt. Aber wir gehen jetzt einfach zu das. Und... Keine Ahnung, wie nennt sich das? Äh... Rook... Rutzhook. Wie gesagt, ich hab vor... Äh... Boah, ich sag immer Fortnite. Ich hab PUBG jetzt zum ersten Mal gespielt. Ja, ich find's eigentlich okay. Okay. Okay, ich spring jetzt ab. Hier, Bui. Warte mal. Ja, ich flieg jetzt einfach da unten hin. Ich weiß nicht, ob das das ist. Glaub aber schon. Oh, ne Grafik ist halt ein bisschen scheiße. Aber ansonsten geht's. So, fliegen wir genau da rauf. So. Okay, wir sind 140 Meter. Okay. Hm, gehen wir einfach irgendwo hin zu Haus. Boah, es leckt schon ein bisschen. Aber vielleicht ist das wegen der Aufnahme so, weil gerade eben hab ich gespielt und es hat mich so geleckt. Aua. Ja, geht eigentlich. Oh, geil. Nehmen wir mal alles mit, ne? Okay, zwei. Okay, ist jemand, glaub ich. Ich glaub schon. Nehmen wir. Hä, wie, äh, wie die Dings Uzi da hinkt. Hier ist jemand. Oh. Hier ist irgendwo jemand. Oder bin ich das selber in meinen eigenen Schritten? Kann sein. Ah. Okay. Ich glaub, das war meine eigene Schritte. Nein. Scheiße, hier sind wirklich viele. Nein. Hab ihn. Okay. Sammle auf. Alles, alles übernehmen. Mal einfach. Scheiße. Blatt nach. Hier ist noch jemand. Fuck. Nein. Hab ihn. Ei. Komm, blatt nach. Beide. Sauber. Drei Kills. Nicht schlecht. Ich würd' sagen, als Uzi machen wir diese Pump. Äh. Ziehen wir einfach eben diese Kacke an. Ja, das war alles, ne? Mh, warte. Schuhe. Ich find das einfach geil. Hm. Ich kann mir auch eine Brille anziehen. Was lang an die, diesen geiler? Okay. Hier ist aber noch ein Ding. Und das hab ich schon gelootet, ne? Auf jeden Fall, ich hab ne Pump. Oh mein Gott. Geil. Okay, hier ist ein Benzinkünster. Ah, für die Autos. Einfach mal nachladen. Ah, nee. Doch. Eine Spritze. Moin, wo lag die? Hier. Lull. Oh, miese, riese, Allah. Nachladen. Ah, das ist ein bisschen weiter weg, aber... Ich geh mal zu dem da hinten. Hm. Ja, ich glaub, man kann den nicht hoch, oder? Warte, auch kann man. Okay. Gut. Dann geh' wir mal zu dem rüber. Hat es nachgeladen? Hab' ich? Ja. Da hab' ich hier noch ne Pistole. Nein, nicht Einzel. Warte mal. Das kann man auch einstellen. Salve, Auto. Warte mal. Auto haben wir schon, ne? Okay, Einzel. Salve. Okay. Wir machen aber Auto. Keine Ahnung, was das mit dem Ding da... Okay, warte, warte. Ich will auch... Ja. Geil, Alter. Let's go. Äh. Okay. Darf' ich fahren? Bitte. Oh, lol. Ja, geil. Okay, wir fahren jetzt irgendwo hin. Schüsse. Okay, wir sind jetzt noch zu dritt. Oder ist Motorrad? Oh, fuck, hier ist jemand, Alter. Scheiße, ich kann nicht ziehen. Ah, ich hab' ihn nicht. Wo ist der, Allah? Verlassen. Komm, ey, Allah. Hier, hier, Allah. Hier, friss. Friss mein Haugen. Scheiße, Allah. Gut. Oh, ja, die ist geil. Obwohl... Komm, Alter, ich liebe die Waffe. Die ist nice. So, reicht. Reicht, Allah. Geh. Ich finde, die Waffe ist nicht richtig nice. Oh, der hat auf mich gewartet. Warte. Nein, lass mich doch nicht allein. Oh, wei. Okay, tschüss. Fahrin. Lul. Geil. Das ist nice. Oh, oh. Kommt hier um. Allah. Was, wie schnell? Really? Nee, 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 nee. Ich seh jemanden. Äh. Komm, wie gehst du auch von? Hallo. Hallo? Warte, vielleicht kann ich ja mit ihm reden. Nein. Team. Hallo? Zulassen. Hallo? Hallo? Warte mal. Hallo? Okay, ich stehe um, ja, da. Ey, Lul. was ist das für geräusche ist das ein flugzeug keine ahnung oh da ist ein geballer wir drehen mal hier oh nein scheiße allah ich muss da mal drüben sehen oh nein darf nicht sterben allah hey hey body awa wie ist er doch sterb boom 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 ok joo hat so einiges joo 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 skar ja geil skar ich lasse das so tschüss mein freund kam als wenn es so lappen sind die hier verkackt haben ah bleb ich stein ja ja allah oh oh fuck we sind in the bomb zone komm ich stein auf allah komm her komm her komm her schnell allah komm her komm komm her komm komm her komm nice wir müssen jetzt so schnell wie es geht hier weg alter wir können nicht in der bomb zone sein scheiße allah scheiße allah wir sind tot nein nein wo fährst du denn hin egal allah ok die bomb zone ist weg wo will er denn hin will er irgendwo hin joo dann machen wir ihm das einen gefall da ja oh nein scheiße allah seit wann geht das denn hilf mich bitte dankeschön hässer wann stirbt man dann das wusste ich jetzt nicht ok dankeschön ah danke ok muss ich mal kurz hielen äh jetzt auch gut energy komm schneller geh in die spritze allah äh ist richtig hinderlich nein warte allah nein witz kann ich das nicht ja kann ich gut digga da ist jemand ey lass mich was ist das allah ist ja voller Müll was ist das denn die kacke ja schnell zu meiner Brüder ok gut ok sammeln 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 soll ich schon kann ich das so mitnehmen das kann ich machen okay dann lasse ich das mal legen wo ist mein freund jetzt scheiße wird abgeknallt komisch von jetzt ja ja lasst mich von schluss die gar hassen ja ja wohin nicht allein kann man nicht anders durch ich kann man da ja da gibt es glaube ich nein ich kann es noch schaffen fahren okay das was dann komplett 6 Krabbel weg, Alter. Ja, sieben Kiegel, Alter. Nicht schlecht. Komm, schneller, ihr... Kacke, Alter. Oh, ja. Na, ich hab meine Skal liegen lassen, oder? Skal. Hier sind dann nur verschiedene Sachen, die ich einsammeln kann. Äh. Äh. Oha. Die Mosk ist geil. Ich glaub, ich hab eine Sklittergenau... Kann Platz mehr? Doch. Nein. Äh. Ja, geil. Na ja, laden. So, wo ist jetzt mein... Ich find das... Das Ding ist nicht so geil, warte. Hat da was anderes? Ich find... Das Visier nicht so nah ist. Das ist ja jetzt ein anderes. Nein, ich will nicht die Hoffnung. Gib sie mir zurück. Ich will die Skal. Ich sammle ein. Vollbärber. Halbgriff... Das... Ich will... Ich guck mal kurz, ob das anders ist, wie sie es ist. Lad nach. So. Nö. Ach, egal. Dann hieß es halt so. Hi, Harald. Okay, der hat, glaub ich, Stress. Oder? Dann gehen wir mal zum Auto zurück. Ist es da? Oder ist es einfach nur ein Auto? Komm mal mit, Alter. Ach, das sind Schüsse. Oh, kack, Alter. Wo ist mein Auto? Ah, nee, das war ich nicht. Ist es ein Gegner? Scheiße, Allah. Wo ist sie? Ja, wo ist sie drin? Oh, kack, Allah. Ich will sie hier, und. Komm hier. Knaaah. Scheiße, Allah. Scheiße, das ist ein Gegner. Ich bin hier. Okay, Energy Drinks. Leck. Kostelus. Okay, okay. Energy Drinks. Energy Drinks. Äh. Scheiße. Oder ist das? Ist das mein Typ-Kollegen oder nicht? Der da! Das finde ich ein Typ-Kollegen hier. Ich muss mal gucken was du da hast, ne? Ich finde die Schuhe geil. Ähm, nein sie sind doch geil. Okay, gibt's nichts. Okay, komm mal mit, Alter. Wir gehen jetzt irgendwo hin. Aber bin ich gut hoch? Ja, bin ich hochgehält. Nice, Alter. Kommst du mit jetzt? Ja, bist du mit. Okay, gut. Jetzt aber auch, als ob da jemand wäre. Hm, Bomben. Da will da hinten hin, aber wieso da hinten hin? Hä? Wieso? Da hinten ist doch die Bombenzone. Hä, warte, bin ich... Hä? Habe ich nicht markiert? Ja, habe ich. Okay. Kann man die Markierung wieder wegmachen? Markierung löschen. Ah. Hm. Was da? Aha. Kleiner Harad, Alter. Oh nein, leck, leck, leck. Oh, geil, Alter. Aber alleine. Gib mir den Lut, Alter. Gib. Lecker, lecker. Oh, der hat ein Skar. Kannst du sie gönnen, Alter. Aber wie nicht. Ich hab schon die Skar. Nehmen. Gönnen sie dir, Alter. Ich hoffe nicht. Ne, ich kann nichts mehr nehmen, ne? Oh. Sind noch die Granaten, oder? Bomben. Ich finde das Zieldings kacke, irgendwie. Hast du was anderes? Äh. 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 Es sind zwei Visier, aber das ist doch das gleiche, oder nicht? Kann ja mal gucken. Ja, es ist doch safe das gleiche. Ja, sagt ja. Oh, fuck die Zone, Alter. Ist sie gut in der Zone? Ja, klar, Alter, die ist doch voll groß. Hm. Schwierig. Boah, ne gute Runde dauert schon echt länger. Komm, wir gehen mal zu denen da hinten. Ich mach mal hier auf. 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 Den Dings, wie heißt das? Die ganze Zeit laufen. Dann schütteln wir dazu. Und da hinten ist ein Auto. Hallo? Okay, da ganz hinten ist jemand. Der ist gar nicht so weit weg. Vielleicht sieht's auch alles so aus. Die schlaue Idee wäre, wenn da ein Auto steht, das einfach zu nehmen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Flugzeug. Gibt's hier auch Flugzeuge? Oder was ist das? Das ist kein Flugzeug. Oder? Da ist ja jemand. Oder? Sieht das nur so aus. Hallo? Hallo, kaputte Flugzeuge. Egal. Komm damit fahren. Hier. Kacke, Alter. Scheiße. Da ist ein Teamkollege gestorben. Hä? Wo ist denn der andere Teamkollege? Hallo? Was sucht ihr denn da hinten noch? Hallo? Scheiße, Alter. Da. Fliegt mein Auto. Oh, das ist ein Flugzeug, das die Wonden ablegt. Ich glaube schon. Ich muss mal schnell zu meinen Teamkollegen retten. Oder hat er es geschafft? Ich glaube ihm geht's gut. Hallo? Oh, scheiße Schüsse. Der ist äh, zur Hälfte fast. Komm. Schaffst du Allah? Schnell nach landen. Bevor die mich gehen. Das hast du noch alles geschafft, ne? Hast du? Mildig. Hm. Schau mal auf hier. Oh, geil. Ist ja nicht alles geludet. Kann ich das nicht? Dann hast du ihn aufgehoben noch. Oh. Armbrust. Ja, geil. Armbrust, Alter. Soll ich den nehmen? Äh, ne. Lieber nicht. Was ist das? Energydrink. Aber ich kann mich nicht immer nehmen. Ich bin full, ne? Ja. Ja, endlich ein anderes Visier. Ja. He? He? Well. Ich bin so aufgehoben. Ich bin aufgehoben. Ich bin so aufgehoben. Ich bin so aufgehoben. Es ist das, was wir da. Was ich bin so aufgehoben? Hm. Hm. ich muss überlegen wegen der armburst hier schreiben so ok weiter geht's dann ist mein kollege das ist ja gar nicht oder doch ist er ist er und er ist er und er ist er und er ist er beim gegner komm und mit geht's allah so hmm find jetzt so so niemand hmm da ist jemand kleiner harald allah du kleiner harald getroffen allah komm her scheiß allah ich triff gar nichts ich steh hin du harald ich mach mal einzel schuss ja oh kakallah oh mein gott scheiß allah bis dahin hm hm ich lebe noch 13 leute oder elf what the fuck what the fuck ist es bei dir hinter dir dich scheiße sterb headshot ganz hinten ist jemand hab ihn oder shit hast du hast du komm man 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 in den lüten doch ich kann es nicht sein gut weil er hat mein gut genommen ich gehe nicht schnell oh nice 10 kills komm weiter weiter level 3 hab ich den nicht schon noch keine ahnung die schuhe einfach oh die jacke ok guck mal was er aus meinem blut genommen hat äh kann ich das mal nehmen nein kann ich mich auch nicht nehmen habe ich auch kein dämmchen bekommen von wo kommen die schüsse ich auch von hinten oh hm ich komme noch schnell hier im blut ne pfanne nehme ich immer gerne mit bandagen kann ich auch nicht mehr schmerzmittel kann ich auch nicht mehr ich nehme einfach die weil das was ich jetzt habe finde ich nicht so nice hm naja wie ist die bl madre die sich genau die gleiche finan2017 ich hasse diese ich finde die nicht so nass kann ich nicht überfahren Quan den ganzen klug oder so komm her du hund komm her nimm uns mit man ist hier habe ich die nicht dann ist er da hinten wartet er dann kommt nicht nur zu uns nein warte auf mich nein ja wenig treibstoffe hier ja komm hin allah komm ihn ja eigentlich bin ich von aber schein egal da ist jemand kommt da ist jemand das hast du noch was der dämmisch gibt was im dämmisch war also gewonnen ja geil ich habe gewonnen hat jetzt fast eine halbe stunde gedauert aber egal heute ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihr mehr davon wollt gibt ein like im kommentar wie ihr das findet und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao